Chemnitz Mitte, Ausstieg rechts. Schreie, 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 Schreie. Rw 30 nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Chemnitz Süd. Schreie, Schreie. 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 Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg rechts. Schreie, Schreie. Rw 30 über Chemnitz Hauptbahnhof. Freiberg Sachsen nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Chemnitz Hauptbahnhof. Schreie, Schreie. Vielen Dank. Meine Frau Gäste, in Kürze erreichen wir Chemnitz Hauptbahnhof. In Chemnitz haben Sie Anschluss, dass Sie die Bahn nach Mitweida, die planmäßige Abfahrtzeit 12.35 vom Gleis 4, sowie zur Regionalbahn nach Grazal, die planmäßige Abfahrtzeit 12.36 vom Gleis 14, bedachten Sie auch auf die irdischen Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteigen. Wir verabschieden uns von den Frau Gästen, die hier aus oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.